wir brauchen den pass noch stimmt holen wir uns gerade eine sekunde das war sich ernsthaft der free to play account hey leute wir haben heute im stream ein neues friedhof deck getestet und das ist endlich mal wieder ein extrem starkes deck das wirklich zu den stärksten decks der meter gehört weil zuletzt friedhof wirklich nicht den besten decks der meter gehört hat und das ist wieder richtig stark wir haben es live getestet haben versucht auf dem free to play account für die top 50 der welt zu pushen und dabei ist es eben auch auf dem free to play account ein riesiger fehler passiert ja seht selbst viel spaß mit dem video 19 2 er hat in ordnung aber 18 3 tut immer weh ich hätte auch einen dunklen prinzen spielen können aber ich weiß nicht jetzt gehen wir mal rein kommen sehr schön ich bin scheiße ich weiß wenn er da vorne dran gewesen wäre ja alles gut gewesen aber er ist halt nicht vorne dran und zwar zu aggressiv mit dem ding zu starten mit dem friedhof angst der eiskunde gerade eben das ist eher das problem ich gebe dem nächsten friedhof jetzt trotzdem rein ich glaube immer noch wenig elixier naja ist gut okay kein turm trotzdem gar nicht gut oh er deft oh das macht er schlecht ist ein großer fehler von ihm es viele elixiere ausgaben noch mal total unnötig wenn er nicht gebraucht hat er fällt mit Woher der ist? Schaden! WTF! Oh, wenn der uns besiegt, bin ich richtig mad. Da bin ich richtig sauer, wenn der uns besiegt. Sieht nicht gut aus. Die Musketieren holen. Unendlich Value raus. Unendlich, wirklich. Oh, ach so. Ja, wir haben es bohren. Verloren? Nein, nein, nein. Verloren nicht. Nein. So schnell verlieren wir nicht. Alles gut. So. Jetzt gehen wir rein. Noch mal ein Elixier rausgehauen. Sehr schön für uns. Der Friedhof tankt. Perfekt, das wollte ich. Wobei, im Nachhinein, ich dachte eigentlich, er wird einen Poison draufwerfen. Und dann wäre es besser gewesen, wenn wir möglichst viel Leben nämlich noch am Dings gehabt hätten, im dunklen Prinzen. Aber halt keinen Poison draufgehauen. Aber im Nachhinein ist es trotzdem gut. Sehr schön. Ja, die Wächter werden ein bisschen Schaden machen, aber ich muss es halt lassen. Oh. Was? Wie viel Schaden machen Wächter, bitte? Ein bisschen? Ein bisschen viel. Ups. Oh. Alter, ich bin echt nicht gut momentan. Also das war... Das ist so viel Schaden, hatte ich überhaupt nicht gedacht. Da war ich ja völlig daneben gerade. Hä? Seitdem macht das so viel Schaden, ey. Der Goblin-Prawler. Lebt noch. Let's go. Also, jeden Fall rein. Ach, seit Wächter stimmt ja. Ich bin dumm. Ja, Poison war nice, aber müssen wir auch aufpassen. Jetzt haben wir natürlich selber keinen Poison mehr, klar. Glocken. Ja. Ganz wichtig. Ja, nice. Getreide. Score für uns. Wo sind meine Truppen? Wo sind meine Truppen? Ja. 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 Jetzt müssen wir aufpassen. Ich bin wirklich unverdient. Wir brauchen den Pass noch. Stimmt. Ähm. Holen wir uns gerade schnell. Sekunde. Aber ist eigentlich ziemlich egal, weil wir die Belohnung sowieso bekommen. Stopp. Das weiß ich ernsthaft, der Free2Play-Account. Das weiß ich ernsthaft, der Free2Play-Account. Scheiße. Kacke. Rückgängig machen. Kann man das machen? Kann man rückgängig machen? Kann man rückgängig machen? Wir haben gekauft. Wir haben gekauft. Wir haben gekauft. Wir haben gekauft. Ist zu spät. Kann man rückgängig machen? Es gibt Schlimmeres. Komm, es gibt Schlimmeres. Aber ist trotzdem dämlich. Hm. Ist ernsthaft Free2Play? Oh, wisst ihr? Das Ding ist, ich wollte heute nicht auf dem Free2Play-Account spielen. Ihr müsst die Vorstory kennen. Ich wollte heute nicht auf dem Free2Play-Account spielen. Ich wollte heute nicht auf dem Free2Play-Account spielen. Ich wollte auf dem Pay2Win-Account spielen. Und dann ist ja das Internet ausgefallen. Okay, was ist das jetzt? Was wird das jetzt? Oh mein Gott, was ist das? Geil! Ja! Ich habe es wieder geschafft. Ja, Mann! Ja! Ich hätte gerade eigentlich gewonnen gehabt, so gut wie. Es ist echt gut ausgesehen. Und durch diesen Zug habe ich mir wieder alles verkackt. Mit einem Zug ist es unglaublich. Was war das denn? Der Turm ist... Ich hätte den Turm... Der hätte den Turm noch kriegen müssen, ne? Jetzt habe ich den Musketieren ausgesetzt. Das war Mist. Geil. Alter. Also manchmal... Was war das denn? Ich tag gar nichts mehr. Also was war das denn? Es ist nur schon hierbei, wenn wir nicht mit einer iTunes gescheckt. Okay. Ich glaube, ich habe nicht damit bezahlt. Genau. Ich bringe es hier in Kobold Käfig. Das ist glaube ich gar nicht mehr so schlecht. Das habe ich schon öfters gesehen. Oh! Der hat einen... Oh! Der war im Oven dran. Sehr schön. Ich bin noch nicht verloren. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich bin jetzt immer noch total... Ich meine, ich habe gerade meinen Free2Play Account halb zerstört. Ich hoffe, ich kann es so retten. Aber wenn es schief wird, ist es nicht schlimm. 30 Tage ist falsch, sagt jemand... Friedhof Ernsthaft? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh Gott. Oh Gott. Kann man ja überraschen gerade. Jetzt habe ich mit Häusern halt raushauen müssen. Scheiße. Ist gar nicht gut jetzt. Das könnte noch klar gehen. Das sieht nicht gut aus. Oh! Das war mal richtig beschissen von ihm. Junge, Junge, Junge. Was war das denn für ein Zug? Na ja, macht es gut. Oh, der Eisgrund war so kacke von mir. Dunkle Prinz am Turm. Sehr schön. Der Mega Lakai. Ich habe gewonnen. Ich habe einfach gewonnen. Ja. Geil. Die Spiele sind zu krank. Ah, ich bin mit Prinzessin gehofft. Schade. Kann nicht. Jetzt kommt sie. Okay. Es geht in Ordnung. Geht er das? Ist da voll es drauf? Hä? Was ist das denn jetzt? Das ist übel schlecht. Okay. Das ist... Was mache ich da? Was ist das für ein Friedhof? Ich bin gerade fassungslos, wie schlecht der Friedhof war, um ehrlich zu sein. Oh! Irgendwie ist er gar nicht... Ist er gar nicht mal so schlecht. Hä? Wieso war der so gut? Das wollte ich. Danke dafür, das war so schlecht von ihm. Wow! Das war echt schlecht. Jetzt muss ich halt aufpassen mit der Mus... mit der Dings... Konzesse. Oh! Oh! Hm嗯. Mmh, dass es gut war... Prinzessin muss wegsteiden, das ist ganz, ganz wichtig. Sehr schön. Megalack er tankt, er muss aufpassen. Er checkt's jetzt nicht. das war's, wir haben wieder gewonnen, es läuft, wir haben ja kein free to play account mehr, inoffiziell aber es läuft trotzdem. 22 zu 3, was ist denn da los? Ich hasse es. Es wird hässlich werden, jetzt vorher aber kann er die musketieren zum beispiel ausschalten, was eher hässlich ist, dass er noch eine tunnelkreppe hat, ich hasse es. Ja es reicht, super, kann nichts machen. Na gut gemacht, kann nichts machen. So lächerlich, was ist das für ein Deck überhaupt? Keil, bin noch nicht verloren aber. Ja, ein Turm fallen, oh. Das war ein dummer Schneeball, ne? Ja, ja. Ganz dummer Schneeball, tut richtig weh gerade. Mal schauen. Nein, das tut eher weh, das war die Entscheidung, glaub ich. Ich hab halt einfach nix gegen Luft mehr, ne? Das ist so lächerlich aber auch. Ich kann nix machen. Oh, nicht so ausscheiden, ich kann doch nix gegen das Deck machen. Nichts. Ja. Ja.